Sogar die Eilmacht des Karmas beugt sich bestimmten Regeln. Keine Angst vor Karma, es genießt zwar einen ziemlich furchteinflößenden Ruf, aber die gute Nachricht lautet, es lässt sich auf Versöhnlich stimmen. Salbungsvolle Worte und leere Versprechungen beeindrucken Karma aber nicht. Es möchte Taten sehen, und zwar möglichst gute und möglichst viele davon. Aber wusstest Du, dass selbst etwas so Mächtiges wie Karma nach festen Regeln spielt? Diese möchten wir Dir heute vorstellen, denn jeder Einzelne davon zu befolgen, würde Dich einem paradiesischen Nächstenleben garantiert näher bringen. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Wofür Dein Herz schlägt und Deine Seele brennt, dort wird Dein Engagement belohnt. Das Leben ist ein einziges Investmentprojekt. Du gibst und Du nimmst. Unterm Strich halten sich diese beiden die Waage. Am besten investierst Du Deine Zeit und Deine Energie aber in Bereiche, die Dein Herz höher schlagen und Deine Augen leuchten lassen. Dort wartet die höchste Gewinnspanne auf Dich. Nummer 2. Das Gesetz der Geduld Wer vertrauen und warten kann, der wird reich belohnt. Alles, was wir uns vom Leben erwarten, wird uns auch erreichen. Das gilt natürlich nur, wenn es gut und sinnvoll für uns ist. Aber geh ruhig davon aus, dass Deine Wünsche dazu da sind, um in Erfüllung zu gehen. Was Du dafür aufbringen musst, ist viel Geduld. Doch genau diese Tugend wird am Ende belohnt werden. Nummer 3. Das Gesetz des Wandels Du wiederholst eine Lektion so oft, bis Du sie begriffen hast. Alles im Leben ist ständig in Bewegung und verändert sich. Die Klugen geben auch hier nach und bewegen sich mit jeder neuen Welle mit. Musst Du bestimmte Erfahrungen immer wieder wiederholen, dann hast Du ihre Lektion noch nicht begriffen. Schau darauf, dass Du diese abhaken und weitermachen kannst. Nummer 4. Das Gesetz der Gegenwart Du lebst im Hier und Jetzt Lass das Gestern endlich los und vergeude wertvolle Lebenszeit auch nicht damit, alles auf eine ungewisse Zukunft zu setzen. Du kannst das Gestern nicht ändern und wie die Zukunft aussehen wird, weiß niemand. Lebe jetzt und achte den Moment. Nummer 5. Das Gesetz des Gebens Nur wer etwas verschenkt, kann etwas bekommen Wir sind seitens des Universums in der Pflicht, uns umeinander zu kümmern. Kein Mensch ist eine Insel und er sollte es zumindest nicht sein. Wer mehr hat oder kann als andere, ist daher verpflichtet, dieses Plus mit seinesgleichen zu teilen. Nur wer gibt, wird auch etwas dafür erhalten. Nummer 6. Das Gesetz der Fokussierung Wo Deine Aufmerksamkeit liegt, dorthin wendet sich Deine Energie. Wir Menschen brauchen Träume, Ziele und Ambitionen. Wichtig dabei ist, den Fokus auf das jeweils Wichtigste auszurichten. Denn dort, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, dort landet auch die meiste Energie. So können wir es tatsächlich selbst steuern, welchen unserer Wünsche wir Priorität einräumen. Nummer 7. Das Gesetz der Verbundenheit Alles ist eins, nichts existiert nur für sich. Wenn Du dieses Gesetz verinnerlichst, wird Dein Leben eine noch viel größere Bedeutung erlangen. Nichts von all dem, was Du tust, ist dann nämlich nur mehr Deine Sache. Jeder Deiner Gedanken, jedes Deiner Worte und jede Deiner Handlungen ist dann ein Rädchen im Getriebe der Schöpfung. Du trägst Verantwortung für das ganze Universum und das mit jedem Atemzug. Nummer 8. Das Gesetz der Verantwortung Es gibt nur einen Boss und der bist Du. Auch um die Einhaltung dieses Gesetzes wirst Du nicht herumkommen, wenn Du weiterkommen willst. Dein Leben liegt in Deinen Händen. Du kannst niemandem diese Bürde abtreten und die Verantwortung dafür trägst immer nur Du, niemand sonst. Widerstehe dem Drang, die Schuld für Misserfolg, anderen in die Schuhe zu schieben. Karma sieht alles. Nr. 9. Das Gesetz des persönlichen Wachstums Ändern können wir nur uns selbst Wer immer an Ort und Stelle bleibt, menschlich, spirituell und emotional, der hat den Wert seines Lebens nicht begriffen. Das Leben ist dazu da, um sich weiterzuentwickeln. Auch diese Aufgabe kann uns niemand abnehmen. Wer sich weigert, bleibt in einem Vakuum des Dahinvegetierens gefangen und wird kaum Freude oder Erfüllung finden. Nr. 10. Das Gesetz der Demut Immer schön bescheiden bleiben Trotz aller Herrlichkeit dieses irdischen Lebens, großer Erfolge und bahnbrechender Meilensteine sollten wir am Boden der Tatsachen verhaftet bleiben. Übermut und Größenwahn sind keine Zutaten, aus denen ein Leben mit Happy End kreiert wird. Nur wer sich in Dankbarkeit übt und nie vergisst, wem er all sein Glück zu verdanken hat, gewinnt. Nr. 11. Das Gesetz der kreativen Schöpfung Von nichts kommt nichts Wir alle sind die Designer und Erschaffer unseres Lebens. Dafür reicht es leider nicht, sich Großartiges auszumalen und das Paradies auf Erden zu visualisieren. Hilf dir selbst, dann helfen dir auch Gott und das Universum auf deinem Weg. Du musst die Passivität hinter dir lassen und aktiv in das Geschehen eingreifen. Den ersten Schritt kannst du jederzeit machen. Dafür gibt es keinen falschen Zeitpunkt. Nr. 12. Das große Gesetz, auch bekannt als das Gesetz der Anziehung Das letzte der zwölf karmischen Gesetze ist zeitgleich auch das bekannteste. Jede und jeder hat schon vom Gesetz der Anziehung gehört oder gelesen. Es besagt kurz und bündig, Gutes zieht Gutes, Schlechtes zieht Schlechtes an. Diese einfache Regel zieht sich durch jeden noch so kleinen Teilbereich unseres Lebens hindurch. Ob du einer Fliege etwas zu leide tust oder einem Menschen spielt keine Rolle. Du hast Leid zugefügt und Leiden wirst du daher im Gegenzug auch. Sei lieber freundlich und hilfsbereit. Unser heutiges Fazit, diese Gesetze zu befolgen, wird sich tausendfach lohnen für dich. Wir überlassen es dir, wie streng du dich üblicherweise an Regeln, Vorschriften und Gesetze hältst. Diese zwölf karmischen Gesetze aber würden wir dir inständig ans Herz legen. Du kannst mit ihnen als Leitfaden für dein Leben nur gewinnen. Achte sie, spiel nach ihren Regeln und belächle sie nicht. Sie mögen dir vielleicht nicht verbindlich erscheinen oder wie ein esoterisches Heilsversprechen vorkommen. Aber glaube uns hier und jetzt, dass Karma existiert. Wer sich an diese zwölf Spielregeln hält, spielt automatisch im Gewinnerteam. Wer sie hingegen mit Füßen tritt und ignoriert, wird in diesem Leben und im nächsten nicht viel Gutes zu erwarten haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.